denn in sachen sagen die leute in dem land sind wir bekloppt oder was wir wir haben hier teures öl das wird so kommen in europa übrigens wenn wir tatsächlich unsere wunderbaren ideen mit den co2 zertifikaten durchsetzen also wenn die preise wirklich so hoch geht wie das viele viele denken wird es genauso kommen viele unternehmen werden sagen die europäer nicht mehr alle gehe woanders hin wo das zeug immer noch billig ist und dann wird das ganze in die hose gehen bei der aktuellen sanktionspolitik ist es ja so dass glaube ich in der gesamten eu kein russisches öl kein russisches gras bezogen werden kann wäre das jetzt nicht im prinzip aus sicht der politischen schnatterei genau das was man will weniger nachfragen weniger verbrauchen aber ganz offensichtlich glaube ich kauft das öl dann jemand anders ja da gibt es wieder ein markt das ding heißt immer markt der markt macht dann dass die chinesen russisches öl kaufen und kann es mehr woanders kaufen wir kaufen das woanders und dann sagen wir auch jetzt haben wir den russen das öl abgegraben die förderung des russischen öls ist deswegen nicht getrosselt das läuft jetzt nur anders um die erde wir sind einfach furchtbar naiv wir haben eine vorstellung von der welt die ist ja so schwäbische hausfrau so